Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arma 3 King of the Hill wieder mit dem Miguel. Hi. Hallo. So wir sind hier gerade etwas außerhalb der Stadt. 445 Meter bis zum Ziel und ich würde mal sagen wir gehen mal langsam so ein bisschen vor. Könnten eigentlich hier unten im Flussbett laufen, da können sie uns nämlich nicht sehen. Das wäre das Schlauste. Ja. Oh. Würde ich auch mal meinen. Wir müssen bloß ein bisschen aufpassen. Ich bin doch ein bisschen sensibilisiert von The Forest, was ich gerade eben gespielt habe. Nicht, dass hier gleich noch Kannibalen oder so kommen. Also es war echt heftig, das Spiel. Siehst du was? Nein. Äh. Ich dachte. Ich habe mal den Feuermodus geändert von meiner Waffe. Ja, ich auch. Aber ich mache es halt leise, weißt du. Mhm. Oh, da hat einer, Bergy, ganz schön viele getötet, Alter. Ja. Heli gesprengt oder Ifrit oder sowas wahrscheinlich. Oh, ich habe gerade Schüsse gehört. Ich bin ja auch gleich im Deck eingeschlagen. Ich sehe aber niemanden. Oh, oh. Direkt neben mir sind gerade Schüsse eingeschlagen. Wollt getroffen von irgendwo. Ah, ich weiß von wo. Von wo? Von dem Sniperhügel da hinter uns, von wo wir gekommen sind. Irgendwo da. Da müsste jemand sein. Oh, ich wurde auch getroffen. Lass mal hier hinter dem Berg. Also, lauf mal rechts rum. Wie geil. Ja, ich verschieße ihn gerade. Wo ist er denn? Ah, von mir aus neben dem Haus auf 40 Grad. Braunes Haus. 40 Grad, sicher? Ja. Komm hoch zu dir. Oh, was ist das? Alter, was war das denn? Boom hat es gemacht. Bist du tot? Ja. Okay, dann. Nächstes Teammate ist auch weit weg. Respawn. Ja. Alter Verwalter, sage ich da nur. Der hat es geknallt. Oh, ja. Oh, ich bin fast pleite. Ich habe nur noch 150 Dollar. Ich habe 6.494. Ja, ich brauche wieder Geld. Mal gucken, wie viel diese TMK20 kaufst du. 10.000 permanent. Was ist denn der MK20? Auch genannt in anderen Spielen F2000. Flugzeug oder was? Waffe. Achso. Ach, die. Ja, hier ist ein Ifrit. Aber der fährt jetzt irgendwie weg. Wo bist du denn, Miguel? Hier ist ein Offroader. Komm mal schnell her. Der nimmt uns bestimmt mit. Wow, voll der Jet hier, ey. Ey, ey. Na, ey. Na, er hält nicht. Fixer. Rework ist da. Ja, perfekt. Drehen. Drehen. Ich mein, noch habe ich keine Sniper, wo ich dann von weit weg snipern könnte. Jetzt... Do, 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 do. Wollen wir rausspringen gleich? Ja, ich... Jetzt? Ja, hat er gesagt. Mein Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Einer schon. Oh, aber ich bin viel zu schnell, Alter. Ich bleib liegen, vielleicht kommt einer. Wo bist du denn ungefähr gelandet? Sehr südlich. Ja, näher von der Polizeistation. Okay. Wow, warum schießt ihr auf mich? Alter. Klappen, ey. Ich bin circa rechts von dir. Genau die Richtung, die du gerade schaust. Ja, ich weiß. Ich komme gleich, ich komme gleich. Ich wollte mich bloß schnell heilen. So, drück mir die Daumen, dass ich überhaupt bis zu dir komme. Oh, der Morg. Da ist einer aus dem Morg rausgesprungen, aber der Morg war noch viel zu niedrig. Ja, kann sein, dass der noch zu niedrig war. Das kann man das ja ermöglichen. Ja. Oh, mein Headset hat gerade etwas Mikro aktiviert, Alter. Voll zum Kotzen. Läuft. Lauf ich noch richtig? Nein, vier zu weit rechts. Eine Straße weiter nach rechts. Wie nach rechts? Links. Links. Jetzt hinter dir. Genau die Richtung. Pass auf. Da fällt irgendwas. Irgendjemand schießt auch, aber ich habe keine Ahnung von wo. Bist du das hier? Ja. Hier auf der Treppe? Ja, du bist da. Bist du hier mit dem Fall schon reingeflogen, oder was? Bin draußen gegangen, meiner Meinung nach, aber... Ja, du liegst hier bei mir aber auf der Treppe in dem Haus drin. Ja, ist doch gut so. Ja, ja. Bist du höchstens in den Cover. Ja, zumindest ein bisschen mehr, ja. Du könntest mich aber mal tweeten, weil ich bin ziemlich verletzt. Ich bin oben. Ja, ich beinde mich gerade schon selber. Auf jeden Fall wurde ich übelst beschossen. Aber warte, ich behandle mich mal selber. Pass mal unten auf, dass keiner hochkommt. Bin oben. Ja, ich sehe es. Bist ja neben mir. Schatz, ganz. Okay, ich bin fertig. Runter und weiter rein, oder so würde ich sagen, oder? Ja. Schnell hier rein. Und hinten wieder raus. In der Nähe ist er gelandet Richtung 40 Grad. Okay. Oh, du hast mir keine Art herrüber. Huh? Huh? ich bin hier im haus hier ist sauber ich bin heil hier drüben angekommen kommst du nach ich gehe mal nach oben hier in dem haus mal von hier raus gucken wir sind der jumper wieder einer was bedeutet denn beim turm dieses rote dreieck von uns so viele leute und noch keinen gesehen ich bin unten machen wir weiter ich komme kurz auf die map ja kommen wir hier ist das haus auf 85 grad das weiße mit den zwei offenen türen ja da rein aufs obere stock wer gucken ich muss nachladen ich glaube in dem haus neben dir rechts direkt neben dir also wenn du raus kommst rechts raus da war der glaube ich drinnen oh man holy shit das war heftig aber ich respawn mal damit ich wieder die andere waffe also die kativa finde ich jetzt nicht so toll deswegen so leute das war's für heute wir sehen uns gleich wieder beziehungsweise morgen viel spaß ciao b b b b b